Juhu! Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Just Dance 2018 mit einem Tonlied. Swish Swish! Swish Swish! Yeah! Let's go! Ah! Jetzt, ich bin richtig rum! Das klingt ein bisschen niederlich. Was? Oh! Ah! Warte, ich bin hinter dir, ne? Stimmt, ja okay. Ah, warte, vielleicht bei einem. Okay. Ah, scheiße, ich muss hier nach oben. Oh, der geht jetzt! Da hat was die Arschkirche. Oh! Ich hab keine Ahnung, was ich nochmal machen musste. Oh, shit. So, und... Ab als ich schicke nachschauen. Alter, wie muss ich mich denn... Komm schon! Aber scheiße! Aber scheiße! Der hilft ja richtig, Alter! Und der auch? Ah, Mann! Boah, da gehen die Knie verkehrt. Oh, was? Wo? Ja, gerade bei dir stehen. Oh, Mann! Das ist aber hell! Mein Fuß nur löst sich jetzt schon! Ey, weil die sind vielleicht... Warte mal, was? Wie machen die das mit den anderen? Das... Da machen die das ein bisschen schneller, sag ich. Ah, ich bin doch... Halter, ja? Oh. Warte, mit welcher Hand fangen die jetzt an? Rechts! Okay, also rechts nach vorne! Ja, und mit dem linken Fuß fangen die an zu gehen. Oh, shit! Mein Gott! Ich mach selbst schon ein bisschen. Oh, Gott! Oh, scheiße! Nee, das kenn ich ja gar nicht! Los geht's! Warte, das ist voll... Oh, Gott! Au! Mein Gott, das ist ein bisschen live! Scheiße! Ja, man merkt es ein bisschen mehr über... Warte, meine Frisur! Die löst sich komplett! Hä? Ich gucke auf den Punkt und denke, wie schlecht bin ich! Das hat ein bisschen was von Worth It irgendwie! Ja, irgendwie ja! Was? Was? Help! Okay! Oh, Gott! Diese Trümpelbewegung hab ich ja noch gar nicht, ey! Hell yeah! I can get it! Hey! Oh, das ist schon ganz schön! Ah, Hilfe! Wie schnell macht ihr das denn? I'm dying! So, pass auf eure Hände! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ich weiß nicht, was das ist... Aua! Scheiße! Oh, Gott! Ich muss nicht so ein bisschen meine Haare machen! Oh! Oh! Und weiter geht's! Mal muss aufstehen! In vielen Stunden ist das unser Endergebnis! Unsere Outfits sind natürlich super und flieg! Und ich finde, der Anfang sieht auch recht gut aus! Aber so Menschen stellen dich immer noch so hart verkacken! Ich quenche hart! Aber wenn ich untergehe, dann zumindest mit Stil! Wenn ich in der Opfer ne lege und kasse, dann ist das mal so hart! Und dann ist das ein Quartett-Tanz! Übrigens ist es ja ein Quartett-Tanz, aber wir konnten tatsächlich keine furchte Personen auftreiben so spontan! Und ich glaube, das wollten wir auch nicht, denn so haben wir ja schon fünf Stunden gebraucht! Und ich will nicht wissen, wie lange es gedauert hätte, wenn wir noch eine Person gehabt hätten! Huuuup! Ich finde, dieser Stelle sieht so ein bisschen besoffen aus! Aber es geht auch gerade so! Geht klar! Dieser Arm ist echt nicht so ein Flick Ich weiß halt echt, wo die Fehler sind Das ist das Traurigste Aber es wird nicht besser Vor allem, weil wir so lange geübt haben Dass einfach die Arme so richtig taub sind Man kriegt den einfach gar nicht mehr so hoch Aber wenigstens kriegen das Stratten richtig gut Und es sieht einfach on fleek aus Auch wenn Daniel eine Kanzhand hat Ich bin also wenigstens nicht die Einzige Die künische Sachen machen Und jetzt kommt das Cringigste überhaupt Help an Daniel Schau mich das doch bitte mal an Wie sind denn meine Arme? Was tue ich da? Nicht einfach immer die Hand falsch machen Und dann mittendrin entere Das klingt mich aber auch richtig auf Wie ich da den Arm die ganze Zeit mitbewege Obwohl er einfach stehen bleibt Vor allem, weil ich das vorher hingekriegt habe Warum ist das so? Man muss aber auch mal sehen Dass wir alles natürlich an einem Abend aufgenommen haben Und es schwer ist, seine Fehler dann sofort An einem Abend komplett auszuradieren Weil man halt immer ein paar Sachen vergisst Und dafür ist es ganz cool geworden Seid ihr bereit für den schlimmsten Cringe? And again Ich bin jetzt so einfach aus dem Rhythmus Wenn ich jetzt eine Liste an Dingen machen müsste, die ich falsch mache Also damit könnt ihr bestimmt schon einen Dinantierplatz machen Oh Gott, Hilfe! Oh Gott, Hilfe! Wir können uns vielleicht auch mal einzelne Stellen rauspacken, wenn wir merken, die sind scheiße Aber momentan ist alles scheiße Genau, die Hand vielleicht, die Hände so nach innen Und dann deswegen, genau Gleichzeitig Und dann alle machen so hoch Ja, ich denke auch Und dann alle machen so hoch Ich habe aus Reflekt Die Gans, kennt ihr noch? Die Gans oder der Salzstreuer? Nee, ich habe... Ja, mach an Okay Ich habe jetzt so gute Laune Ich bringe bloß in die Tür Ich habe gestöhnen Ich habe gestöhnen Oh, fuck, ey Ich habe nicht gestöhnen Und schnell Oh Oh Weitermachen, die Show must go on Oh 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 Katastrophie Also bei mir geht es langsam Ich weiß Oh 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 Ich hoffe, du hast dir akzeptiert C tackle Schöner Arsch Ey, das war nochmal Ja, das war gut, beizuschauen. Warum bewegst du dich da? Wolltest du mich umbringen oder was? Wolltest du dir das so hinbauen? Sing on you! Hör auf. Ich hab's gut. Okay, Entschuldigung, ich auch. Komm wieder, wieder zurück. Oh mein fucking god. Oder vielleicht ein bisschen weiter warten. Nein, nein, lass es los. 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 Nur ein bisschen. Nein, nein, nein. Let's see, wir müssen noch trainieren. Und die muss sie mir anhalten. Das war dann so high. Sag hallo zu meinem Käsenfuß. Hi. Oh mein god. Aber die gucken ja immer in die Mitte. Das sieht gut aus, das ist immer weiter. Das sieht gut aus. Fuck. Ich bin doch kein Fan. Hallo, stopp. Ich hab da nichts falsch gemacht. Aber wie sollst du fuck gesagt? Ja, scheiße. Ah, da merkt man, wer einen Fehler gemacht hat. Ich wusste doch, dass die sie wieder haben. Deswegen hab ich sie abgeworfen. Das ist gemein, Fokus. Haben wir noch Handtücher? Ah, 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 ah. Hörst du dich abdrücken? Ja. Ja. Ich bin bei diesem hier. Da geht es immer so an die Achselhöhle, dass dann so Geräusche waren. Da war es immer. Blau, blau, blau. Richtig schnell. Das ist voll der Spaghetti-Arm. Ich wette, morgen können wir den nur noch so hochheben. Aber ich will mal sehen uns nicht an, dass wirklich scheiße aussehen. Das stimmt. Wir haben 5 Stunden gerade gebraucht, damit es so aussieht. Und ich kann es einfach noch nicht. Habt ihr den Arm gesehen? Guckt euch den Arm an. Guckt auf All About Us. Und liked das Video. Und lasst einen Kommentar da. Guckt auf All About Us und ihren Schwabler ab. Für unsere 5 fucking Stunden. Grauen. Dein. Ja. Hilfe. Also, danke, dass ihr mal wart. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, sugar, brunch. Ciao.